Und jetzt mache ich einen kleinen Sprung Almena-Vortrag vor über 20 Jahren. Ich sage, wenn du jetzt glaubst, du bist jetzt in Almena, einer dieser Zuhörer von dem Vortrag, dann machst du geistig ja schon wieder zu einer Person. Und du hörst ja jetzt den Udo sprechen und du schaust jetzt um dich rum und dann deine Logik wird dir aufzwingen, dass all die anderen um dich rum auch den Udo sprechen hören. Das heißt, in dem Moment lebst du in dem Wahn, dass du glaubst, Gedanken von dir, die du dir ausdenkst, Menschen, auch wenn die sinnlich wahrgenommen werden in dem Moment, dass die was empfinden, dass die was hören. Dann wird es für dich so sein. Und interessanterweise, wenn du jetzt einen dieser Menschen fragst um dich herum, hörst du den da vorne auch sprechen. Was wird er denn dann antworten? Genau das, was du glaubst, das wirst du denn gar nicht fragen, weil das in deinem tiefsten Glauben verankert ist. Selbst wenn du den jetzt fragen würdest, wird er das antworten wieder, was du glaubst. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020